Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ah, Rammeln! Dabei sind der Manu, der Blake und die Adi. Ja, fast, fast volle Bude. Ein Random ist dabei. Jo, was geht ab? Ey. Manu? Manu hört immer nicht zu. Manu will immer nicht zuhören. Manu ist ein Nicht-Zuhörer. So, nehmen wir mal hier sowas mit. So, einfach ein bisschen direkt auf AP-GP ins Gesicht. Damit die Krähe am Anfang ein bisschen, ein bisschen Zauberei macht. Ein bisschen Zauberkrähe. Lauf, Lauf, Hädel, Lauf! Die Vasallen sind erschienen. So, nimm mal die Krähe mit und guck mal, was damit so schönes passiert. Das ist cool, ja. Oh, oh. Oh, oh. Ah, oh. Biss ich hab' die He-Pots von der Falle. So, all. Ja, nie. Nicht schon wieder. Ja, du hattest einmal das von Morgana drauf und dann noch von Sion. Genau. und da standst du dann erst mal irgendwie habe ich immer die ganze zeit bedürfnis dich zu hier aber geht da einfach nicht war nur mit seinem olden cyborg samuraya die kail erst mal schön in jadis und die reingeführt aus dem anna mal immer das heißt da wollte ja was für die andere ist okay ich habe alles erst mal egal erst mal haben so rein mit der lustige krieger attacke mehr wir brauchen mehr eier alle brauchen das mann die so so also lass mich in ruhe dann gewinnen und trotzdem hast du nur davon so leicht so leicht kommst du mir jetzt nicht davon nimm das mal mit dankeschön danke 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 bitte brigitte weißt du mir jetzt anke und brigitte oder und die leblanc bleibt einfach drin stehen und alles hat sie mich wieder ausgedrückt mit ihrer ihre lumpen kacke hier lumpen voller kacke richtige lumpen kacke bäh die glückwellen sind immer so ich geh mal hier oben hin jetzt stehen mehr gegner hui ja gut aber ich kann mich haben ich kann mich ein bisschen hier inne ein kleines bisschen ich weiß ihr würdet ja ne aber oh ja oh ja vier dinge haben die tempels getroffen das geht doch ab ja die morgana hier und es wird nur kürz er auch beantwortet ja einmal oder bestimmt die echte eine verursacht ja meine verursacht sich gold muha jetzt hätte ich gerne doch ein bisschen mann naja dankeschön boah leute das lecke übel ist kacke ja das bitte ist dann du mit der alten Katzenzunge er hat eine Katzenzunge na wenn du immer leckst klatsch ist er jetzt auch mal umgefallen oh manu dich zu Güti oh warum fliegt denn die Krähe nach vorne da hinten waren so viele Champions mit Lowlife und die Krähe fliegt nach vorne weg willst du mich verarschen nimm das mal mit dankeschön tötet euch alle leechten ich leechte jeden Tag oh man wir haben ja richtig Power hier guck mal wie wir die Creeps auseinander nehmen nicht n Doppeltöte einfach auf Melsa sein sein kleines 4 und dann hat es das mitgenommen sehr nice das hat mir gut gefallen der Dicke ist meiner ja 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 und da kommt die Leblanc ne ich meine ja nur oh die Leblanc oh das hat aber schön schön das hat mir gut gefallen ein bisschen das würde ich nehmen so sage ich nicht ne hm 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 ja ich habe ein gefühlt wer der die Ulti auf mich gemacht hat nice das war der hieß da fack hat mich doch mal wirst Hilfe! 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 Der dicke ist meiner! Ey! Was? Was hab ich grad gesagt? Verdammte scheiße! Hier ist meiner! Moi, als Fiddlesticks in real life! Nach aus irgendwelchen Wildpressen-Personen im Strohhalmen Arsch! Das ist mein Lied! Das war so, als ob Fiddl, äh... Man muss dazu sagen, der Spell ist voll scheiße! Der Spell hat schon so'n gewissen Reiz von Kacke! Boah, lol! Ja, feststellen! So, genau! Das wär Viddel der Tote Gangling! Das glaube ich auch darstellen so'n bisschen... Ach, Quatsch! Ich bin überhaupt nicht tot! Voll lebendig und so! Voll und so! Komm, Elsa, kann man her, hier! Und immer das mit! Dankeschön! Ich hab' immer mal Teezing da hinten, ne? Vorsicht, Sani! Schilde dich! Ah! Jetzt muss ich... Los! Ach komm! Egal, nimm das mit! Ja, du das! Ja, du... Dann auch noch mal sterben! Mhhh... Mhhh... Ach, ich hab' mir auch das holen können! Das wär' nicht viel! Jetzt auch! Hauen wir uns! Hast du eure Flankernfähigkeiten schon gebraucht? Mhhh... Aber... Rennt sie da auch rein? Joa, ein bisschen! Ja, hat Marokka gekriegt? Dicke! Naja, aber... Habe sie doch noch gekriegt, dumme Kay, haha! Hat die Finger von unserem Tower! Plus die Finger von dem Tower! Bitches! Die Katze ist im Sohn! Nein! Nee! jedi! Und mit Johnny! Ja, du warst die weiterm 20. Ja, du warst die weitermassen, die wir uns mit ihr werben! und dottel frottmix dr dort dort wird dort dort wird dort hat dort wurde für die Augen dass dort dort hat er zu. Nice. Erstmal geführt. Oh. Dead damage. Oh. Dead turtle. Wow. Okay. Wollen wir drauf an? Gib ihn. Aua. Oh, meins. Oh, ich muss sagen, mit dem Kills dominieren, wo schuldig hat, schöne. Oh, ein bisschen. Ein klein, nicht wenig. Ein kleines bisschen wenig. Ein kleines weniges bisschen. Ein kleines weniges bisschen. Das kleine bisschen. Ja, und da ist halt doof, ne? Los, Dauer. Ah, egal. Doppeltritte. Der aber auch. Was soll das? Äh, lass das doch. Was soll das denn, Mensch, wenn das einer sieht? Dusch dich kalt, dreck Holz im Wald, oder sing ein Lied. Ja, Niederle, jetzt guckst du doof, ne? Ja, wir wurden separiert. Ja, Niederle ist tot in dem Moment, wo sie hinterm Dauer gesprungen ist. Das ist selber schuldet. Irgendwie schon. Aber wer Spaß daran hat, ich meine, jeder brauchen Robi, ne? Ja. Können engelschen? Äh, wartet auf mich. Ich will mitmachen. Alles klar. Ich engelsche gleich, sobald die auf einem Haufen sind. Häufchen. 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 Oh, weh. Hm. Chill, chill. Manu könnte echt Sänger werden, ne? Der kann sowohl die hohen, als auch die tiefen Stimme, also Töne treffen. Häufchen. Häufchen, die war schön. Denke ich. Ist auf jeden Fall ne Menge Schaden verursacht. Der Mensch hat überlebt, ich fasse es nicht. Warum macht die Katze nicht? Weil die Katze flieht. Miau. Ich hab keine Milchen mehr. Ja, ich hab keine. Ja, böse Wienz. Nein Wienz, böse Wienz, mein Frikassee. Häufchen. Sag mal, isst du grad? Wie professionell. Häufchen. Ich hör mir nur so. Ja, ja, ja. Oh Nuss. Glück gehabt. Alles easy. Das wird sein. Was denn sonst? Waja. Oh, dead chaos, du. Ach nö. Sorry. Scheiße, du Lied. Ja, der Welser macht jetzt schon... Hier, Welser, nimm das mal mit. Stirb. 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 Ja Mama. Jawohl. Boah, da kommt die Leblanc raus, hier scheißen. Wie so eine umgekehrte Kakerlake, ne? Machst du das Licht an, Puff, kommt's raus. Anstatt sich irgendwo drum zu verkriechen. Ach so, dann... Das Ende. Dann gucken wir mal, was da passiert. Joa? Nö. Ja. Ja. So, jetzt bin ich da. So, sagst du, engage. Ja. Ja. Soll man da jetzt sagen, ich meine... Ja. 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 Was soll ich da? Damit geh... Hm. Rubbel die Katz. Pfff. Wo schon? Ja. Das ist das, was der Manu macht. Ja schön. Der rubbel die Katz. Oh, nice. Ich rubbel die Katz. Ich hör immer mal, ich hör die Heels, ne? Obwohl ich hier vorne... Okay. Lass den für mich! Hä? Achso, der hier. Ich hör grad sagen. Was laberst du? Du laberst, Alter. Was du laberst? Oh, scheiße. Janir nimmt alles mit. Juhu! Wie zu mir, Mario! Wente mich, Mario. Warte. Hätte ja sein können. Die Kale sollte am besten einfach nach Hause gehen und da bleiben. Ja, aber das ist ja eine Teamleistung. Das ist ja das Schöne. Es ist eine Teamleistung. Das ist ja das Schöne. Und du bist ein Teil von dem Team. Denn es gibt kein Ich im Team. Außer im Englischen, wenn man es mit I schreibt. Dann ist in dem A so ein kleines I drin. Es gibt kein I. Intim. Das ist ein privater Werbe. Es gibt kein Intim. Das Intim-Team. Der Sion, der überlebt es auch noch so hart. So hartnäckig. Der Sion hat sich da voll Granat rein. Mein Schild hat nichts gebracht. Schilder helfen nicht gegen Dummheit. Schilder helfen nicht gegen Dummheit. Ich dachte so Dummheit wäre ein Schild. Oh, das ist doch ein Creep. Mein Creep. Nein. Geh weg, den Block. Deine Mutti. Schilder Wasser? Nein, das ist ein Creep. Leckeres Wasser. Boah, wie schnell die immer wegkommen. Ist der doof. Ich will mich wieder starten. Hä? 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 Das Melsa-Vieh ist ein schöner Katalysator für die Krähe. Du kannst so richtig schön auf das Vieh und dann rennt Melsa weg. Das Vieh rennt hinterher und dann springt das zwischen. Immer wenn Manu sein Schild da macht, ne? Leckt es immer kurz bei mir. Echt? So, zack. Ach, schade. Jetzt hat es nicht geklappt. Oder? Doch. Dann verhaue ich immer meine Kuh. Das ist voll doof. Ja? Das ist voll doof, ja? Willst du es gemütlich werden, ja? Nein. Oh, will ich jetzt Mitleid haben, oder? Und wenn die Polizei vorbeifährt, ja? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Und natürlich. Weil wir jetzt mal reingucken. Das Problem war, ich war noch in der Melsa-Ultifest gesetzt, Jani. Ich konnte mich nirgendswohin zurückziehen. Darum habe ich... Ne? Nein, unser Tower. Der ist so hübsch. Nidalee? Ding. Nidalee? Ding. Nidalee. Nidalee. Nidalee ist eingeschlafen. Das Spiel war einfach zu langweilig. Nidalee. Da bin ich auch hier. Die gerade im Pornoefen verloren. Wir haben verloren. Ja. Will bei South Park. Sitzt er da, setzt sein beiseite. Guckt sich so ein Heftchen an. Mann. Was geht hier ab, Alter? Na, kommt her, kommt her. Ich vertraue euch. Na, die war ein bisschen scheiße, gebe ich zu. Ja, der nicht komplett abgab. Warte! Nein! Nein! Ich habe das Kweep geschildert. Ne? Ich war noch unverwundbar. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein. Tja! Nein! Nein! Unverhofft, kommt auf! Das ist sehr gut! das wäre sehr gut hier war es nice wer ich habe keine abklick zeiten doch jetzt Prozent 5 einmal wird es keine Kriegsverdienst das wir wollen das nicht bei der Europäer was schon wieder das erste das mega Schild auf dem Kumpel Ich hebe es auf. Oh je. Oh je. Shit, Overpower. Doch, ich hebe auf. Nein. Doch. Bing. Peng. Ich hab voll die Schnurze voll. Diese hermischen Scheiße. Dann lag das wenigstens bei mir nicht mehr. Du bist doch echt aufgebaut, Jani. Hat alles seine Vorteile. So ist es jetzt nicht. Oh Morgana. Oh weia. Oh. Das ist nicht so gut. Hm. Was? Ich hab immer gegenseitig. Ich hab immer... Also mit dem S-Real gegen so ne dumme Hünne wärs vielleicht noch geiler. Lustiger. Auf jeden Fall. Ein Lustiger? Ein Lustiger? Ja ja, das ist wie ein normaler Tiger. Lust. Plus komischer. Und nicht so haha komisch, sondern so komisch komisch. Fetzt die Krähe einmal quer aufs Feld. Ich glaub da. Ich freu mich schon wenn Manu sein DSR hat, wenn da jetzt schon mit Lex Lübis abgibt. Boah. Zeug. Ja, war nicht. WP. Ja, der ist dann wohl gut gedacht aber... Chris. Du helfst. 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 Ja. Ich hab dir fast alle Lolleife geordnet. Von daher. Was doch. Einer hab ich mitgenommen. Reicht. Hm. Hm. Das war auch mit. Das klingt nett. Ich hab's noch ein bisschen vermisst, dass auch noch ein einziger mal mitmacht, aber naja... Zu dem Zeitpunkt lag ich schon hier oben. Da wurde jetzt neben Nidaleesis effektiv im Dreck. Mit dem Gesicht im Dreck. Mit wachsender Begeisterung den Bordstein anguckend. Einfach mal... Oh, das ist so eine... Oh, dieser... Oh, Wahnsinn. Oh, der Bordstein. Oh! Ja, Vulgana macht das auch. Sehr gut. Sehr gut. Zwei Handtücher. Ich bitte dich, bei der Größe reichen Tampons. Wir sind aber extra sorgfältig. Das darfst du nicht von... Alter, was für Themengebiete wir hier schon wieder abschreiben. Die Teils hoch. Langsam kein Bock mehr, oder? Nö. Ja, dem Flüsst du auch einfach viel. Meine Ulti, ihr... das heißt langsam lässt sich oder macht ihn weg Klinglingling da wollte Google hin und her hin und her das ist nicht schwer die Kräfte machte euch alle kaputt weil es haben die mich genau darauf festzusetzen die Leute auf dem Boden der Stelle das Schild geben bist du ein Engel in dem Moment macht Kel natürlich die Ulti ja gut war war der richtige Move konnte man auch ein bisschen absehen ist trotzdem ärgerlich ich gönn mir nö der gute alte gönn dir aus Gondor ja und sein Bruder nützt dir gar nicht sein Nachname gar nichts der kommt aus fernen Ländern dann gleich hours dann gleich weiter rein nun sowas jo 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 Ja, schön, wunderbar, gut gesehen. Ja, da bin ich jetzt auch mal da, Attacke, sagst du? Ja, also. Ich neb's Nächste. Nächste. Danke. Oh, war ja. Falt im Spiel deine Mutter. Deine Mutter schluckt gleich. Deine Mutter wurde geschlagen. Deine Mutter hat ein anderer Beschwerer getötet. Egal, hatte genullt. No, du, hat schon gepasst. Sion nervt. Sion nervt. Ja, geht das? Die war doch voll dran. Wie geht das? 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 Na, der Sion. Jetzt hier noch du. Ach ja, das stimmt ja, da war ja auch. Der hat ja die Magie schlitt drauf. Er war ey, du. Ich mach dir jetzt hier öffnen. роб ich jetzt hier unterstrahlen. Geil, schon wieder Ulti Impact. Nein der hat mich verstor- Ach nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö挺. Ne, nicht mit der Krähe, ich wär mit meiner Ulti reingesprungen und hätt ihr alle was noch neu gerubt. Und das obwohl ich... Nö, 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 niemand, niemand, alle tot. Alle tot. Und selbst das, nö, alle weg, alle weg, alle weg, keiner übrig. Ich will jetzt auch nochmal sterben, ich hab 5,7 K. Na dann. Jetzt machen wir voll den fetten Verteidigungsangriff dabei aus dem Stern. Und dann voll der fette Verteidigungsangriff. Ja, wie hast du dir das vorgestellt? Kamikaze, alles explodiert? Ich glaub der Plan ist ein bisschen fehlgeschlagen, weil eigentlich sollte doch nur Jani verteidigungs... Voll der fette Verteidigungsangriff. Ja, da ist kein Turm mehr, den ich verteidigen kann. Deine Mutter! So, den können wir auch noch. Finde ich gut. Ein bisschen Live-Lied hast du, ne? Nein! Ja! Und wie sie den Creep getroffen hat. So. 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 So, sehr schön. Aber da ist jetzt noch euer Tank! Oh ja! Na denn ja! mal ein ganzes Leben zu sein. Ich mach das mal kaputt. Wasser? Ja. Erstmal wegtreiben. Und dann jetzt den nächsten kaputt machen. Ja, schön. Super. Jo. Jo. So ist es. Und die Niederlecht dreht sich im Kreis, im Kreis. Das ist ja so gehypnotet. Ja, okay. Ja, lief doch. Wir haben so ein bisschen dominiert. Sie haben sich aber auch gut gewehrt. Also am Ende haben sie ja doch noch ein bisschen... Ich denke, wärs noch später ins Game gekommen, hätten die vielleicht sogar noch mehr gerissen, die Gegner. Aber wir haben die gut kaputt gespielt. Und dann doch gewonnen. Ich find ich toll. Schön. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Arameln. Haut's rein. Ciao, ciao. Und dann geht's. 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 Und dann geht's.